Moin sind's Leute, ich bin's, euer FPS-Mann und heute geht's um das Abo-Special, wie ihr es wahrscheinlich schon alle erwartet habt. Ja, ich bin, also ich habe den Gewinn noch nicht hier, aber ich werde ihn den nächsten Tag besorgen, während ihr die Kommentare vielleicht darunter schreibt. Aber zuerst mal, was gibt es zu gewinnen? Zuerst mal eine 10 Euro Passive-Karte, ich denke, das ist ein ordentlicher Gewinn für ein 50 Abo-Special. Mittlerweile habe ich ja schon die 55 Abo-Special geschafft. Ähm, ja, eine 10 Euro Passive-Karte, das Ganze geht wie folgt, ihr müsst mich abonnieren, ihr müsst ein Like unter diesem Video da lassen, favorisieren müsst ihr es nicht, das finde ich nämlich irgendwie dämlich, bringt mir nichts persönlich. Und einen Kommentar drunter schreiben, aber ihr dürft nur einen Kommentar schreiben, wo drin steht, ich will die Passive-Karte oder in irgendeiner anderen Art und Weise, wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch drunter schreiben, warum, aber das wird eure Chance eigentlich nicht erhöhen. Aber ich will es mir gerne mal durchlesen, warum das Ganze so ist. Ähm, ja, sonst gibt es so nichts zu sagen, außer nur noch Danke für die 50 Abo-Special, ihr seid echt klasse und unterstützt mich weiter. Ich unterstütze euch auch dann weiter und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao!